Hallo Leute, ich bin's wieder, Peter, und möchte euch heute einmal erzählen, dass jeden Samstagmorgen von 7 bis 9 Uhr ungefähr, ich etwas, einen Livestream sende auf slive.listen-to-my-radio.com. Ja, andererseits mit mir zu kommunizieren geht auch, indem ihr euch einfach Teamspeak holt und auf dem Kanal, auf dem wir uns unterhalten können, auf dem Server werde ich euch dann später bekannt geben. Ja, soweit erstmal, tschüss!